Stellar-Pattl-Droding fliegen lassen es alles nicht erlaubt. Ruderbode kann man sie mieten, da hat die Schifffahrt 30 Stück davon und das Baden und Sterren ist auch erlaubt. Durchschnitt-E-Wassertreparatur 16, 18 Grad, jetzt hat er ungefähr 17 Grad schätzungsweise. Der Koenigs ist in der Mitte von der National Park or Waterspot auf der Bitten, we can rent a rowing boat and swimming is allowed, but it is very cool in this water, 16, 18 degrees in the summertime.